Hallo und herzlich willkommen und ich darf euch recht herzlich begrüßen, denn ich mache jetzt hier gleich ein paar Packs auf und ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht... Hallo, hallo und herzlich willkommen und ich darf euch recht... Hallo, hallo und herzlich willkommen und ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich mache jetzt hier gleich ein paar Packs auf, die ich hier gerade angesammelt habe und ich weiß zwar noch gar nicht in welchem Kontext das jetzt hier zu sehen sein wird. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit anderen Aufnahmen, wo ich auch Packs aufmache, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie das miteinander zusammen ist. Aber ich mache jetzt hier diese Packs auf und ich habe mir gedacht, naja, wenn da was richtig Geiles drin ist, dann willst du es auch aufgezeichnet haben. Ich bin ja immer so ein bisschen naiv, dass ich denke, ich ziehe wirklich was Gutes, aber ich probiere es einfach mal. Wir fangen an. Jumbo Premium Gold Set, ja, hat kurz geladen und es ist dann doch nur ein normaler Spieler. Konobjanka, ich dachte eben ganz kurz auch wieder bei der Farbe von der Sternschnuppe, da wäre irgendwie was Krasses möglich, aber dann irgendwie doch nicht. Nun gut, ich bin dann immer noch irgendwie so ein bisschen Pack Opening Noob. So, das können wir, glaube ich, beides einfach abstoßen, ne, die auch einfach so machen können. Und was haben wir denn jetzt hier noch eigentlich am Start? Das habe ich gar nicht am Anfang gezeigt. Ich habe ein Megaset, ich habe 100k Sets und noch zwei Premium Gold Spieler Set plus ein Premium Spieler, Silber Spieler Set. Das mache ich jetzt als nächstes auf. Das Premium Team der Woche Set, das mache ich zu einem anderen Team der Woche auf. Und hier bei diesen Silberspieler Sets hat man ja vielleicht sogar noch eine Chance, irgendwie Spieler zu ziehen, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, aber die auf einmal dann doch sehr, sehr viel wert sind. Das habe ich ja als letztes Mal anscheinend schon hinbekommen. Habe ich irgendwie einen Spieler aus der Ligue 1 gezogen, einen Silberspieler, der war irgendwie 18.000 Münzen wert. Hier, ja, ich kenne die alle nicht, aber ich glaube, da war jetzt kein Spieler aus der Ligue 1 dabei, deswegen glaube ich dann jetzt eher hier weniger. So, dann gucken wir mal, dann machen wir jetzt weiter mit den Premium Gold Spieler Sets. Und ich spekuliere das, also ich mache jetzt hier diese Sets auf, weil ich hoffe, dass ich, oder weil jetzt gerade zumindest diese FA Cup Spieler drin sind, diese Man of the Match Spieler und dann auch noch das Team of the Tournament zum Afrika Cup da ist. Und deswegen denke ich halt so viele gute, oder was heißt gute Spieler, aber in Forms halt, die vielleicht was wert sein könnten. Deswegen mache ich jetzt das einfach hier kurzerhand auf. So, die packen wir mal alle auch in den Verein hinein und ihn stoßen wir einfach ab. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Premium Gold Spieler Set. Und leider kein Walkout oder ähnliches und es ist ein, oh, es ist hier, Tint, genau. Naja, ist nichts wert, aber zumindest ein Spieler von einem großen Verein. Wahnsinn, auch alle hier in den Verein und ja, ich glaube, die stoßen auch einfach alle direkt ab. Ja, und jetzt geht es dann doch nochmal zu zwei interessanteren Packs, zu einem Mega Set. Leider ist das jetzt nicht so mega, glaube ich. Und dann noch ein 100k Set Inuyama, der war letzte Woche noch als Inform, glaube ich, am Start. Und dann noch Witzel, Ben Yedder, okay, okay, okay. Sogar noch hier, das ist sehr selten eigentlich, dass ich hier noch Manager ziehe, die ich noch nicht habe und die glänzend sind. Und dann noch zwei Team Fitness Karten, das ist ganz nice. Vertragskarten, immer gut. Und die Sachen stoßen wir auch alle ab. Und jetzt kommen wir noch zu dem größten Set am Ende, zu dem 100k Set. Das habe ich noch von letzter Woche bekommen, wie auch das Premium Team der Woche Set als Belohnung für Fahrt Champions. Und das machen wir jetzt hier auf. Vielleicht, vielleicht ist da ja was, was Geiles drin. Es ist kein Walkout. Und es ist nur ein normaler Spieler, es ist Toprak. Ja, gut. Ui, jetzt bin ich mal kurz ins Menü gegangen. Schade. Schade. Kein Inform, kein Man-of-the-Match-Spieler oder ähnliches. Und das ist halt auch wirklich eher ein sehr, sehr überschaubares Pack. Nochmal Inuyama gezogen. Habe ich doch eben gerade schon gezogen, oder? Ja, habe ich. So, ansonsten doch Gabi, Volland, Miralas, eben gerade auch schon gezogen. Dembélé ziehe ich in letzter Zeit auch irgendwie recht häufig. Die fügen wir alle mal in den Vereinen zu. Und die anderen werde ich dann wahrscheinlich hier alle schnell auf die Transferliste stellen. Und das soll es dann jetzt von dieser Stelle aus gewesen sein. Wie gesagt, ich denke, da wird jetzt noch irgendwas danach kommen und auch vielleicht was davor kommen. Aber das war zumindest dann dieser Teil. Und dann noch viel Spaß mit dem weiteren Teil. Und weiter geht es jetzt mit dem Premium-Team der Woche-Set. Denn eben gerade ist jetzt auch das neue Team der Woche in die Sets reingekommen. Unter anderem Hazard, Lukaku, Mertens und andere krasse Spieler. Ich mache einfach direkt auf. Denn jetzt sollten die Spieler ein bisschen was wert sein. Oder auch noch ein bisschen mehr wert sein. Wer ist es? Es ist Cuadrado. Cuadrado ist ziemlich nice, weil er sehr, sehr beliebt ist. Und ich bin gespannt, was der Inform wert sein wird. Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Weiß ich nicht. Mal sehen, wer noch dahinter ist. Torres und Vercudre. Gar nicht so schlecht. Natürlich krass, wenn andere Spieler noch mit viel, viel höheren Werten in den Packs drin sind. Würde man die lieber ziehen. Aber mit Cuadrado. Wir können mal kurz schauen, was da jetzt so auf dem Markt sich befindet. 600.000 ist Maximalpreis. Und er wird gerade für 300.000 angeboten. 280.000. Ja, ich sage mal ganz ehrlich. Wenn ich den für 300.000 loswerden sollte, wäre das krass. Aber mal schauen, was dabei rumkommen wird. Das soll es dann von dieser Stelle gewesen sein. Beziehungsweise, ich schaue nochmal ganz kurz bei Fernando Torres. Ja, der wird nicht ganz so viel wert sein. Ich werde vielleicht mal denken, irgendwie 40.000. Irgendwann wird er mal so kosten. 30.000 vielleicht sogar nur. Ja, also gerade sowas um den Dreh dann auch bei 60.000. 30.000 sieht man jetzt hier schon sogar auf dem Tauschmarkt. Und dann Vercudre. Das ist so ein Abstoß in Form. Ja, das soll es dann jetzt von dieser Stelle aus gewesen sein. Und wie es dann weitergeht, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Viel Spaß noch. So, und weiter geht es jetzt mit 200 K-Sets. Die habe ich jetzt eben gerade durch die Weekend League Belohnung bekommen, die ich eben gerade abgeholt habe. Die mache ich jetzt schnell auf, weil ich noch darauf spekuliere, vielleicht einen der One-to-Watchs zu ziehen. Und die Premium-Team der Woche-Sets, die mache ich dann morgen auf, weil ich da ein bisschen drauf spekuliere, den Gabriel Jesus zu ziehen. Der ja erst ab morgen auch als Inform am Start ist und nicht als One-to-Watch. Ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, gibt es dann morgen, werdet ihr wahrscheinlich auch sehen. Jetzt mal ein 100 K-Sets und mal so ein One-to-Watch zu ziehen, wäre mal ganz nice. Ist nicht der Fall. Es ist Utamendi. Ist nicht schlecht. Habe ich schon mal in dem 100 K-Sets, glaube ich, gezogen. Wahrscheinlich jetzt, wobei nächste Woche ist ja die Weekend League, wo man Premier League braucht. Ich schätze wahrscheinlich immer noch so 8.000, 10.000 Münzen ungefähr wert. Es hängt jetzt hier gerade leider. Ansonsten noch weitere Premier League-Spieler, sieht man ja unten mit Pedro Williams. Und ja, die sieht man jetzt gerade erstmal so an dieser Stelle. So, Preisvergleich. 9.000 Münzen drauf geboten. Sehr, sehr schön. Das ist schon mal ganz ordentlich. Und ansonsten, ja, den packe ich auf jeden Fall auf die Transferliste. Coman noch mit dabei, aber inzwischen ja echt gar nichts mehr wert. Gut, eher unspektakulär. Ähm, dann packe ich, wie gesagt, Utamendi auf die Transferliste und ihn auch und ihn auch. Und den Rest packen wir erstmal in den Verein. So, und jetzt das zweite 100k-Set. Mal schauen. Ist leider kein Walkout. Komm, eine dunkle Karte. Ja, Mann. Das ist ein One-to-Watch. Das ist... Oh, den kenne ich gar nicht. Sanson. Okay. Ich denke gerade noch durch die One-to-Watch-Challenges. 50k wert. Vielleicht nur noch 40k. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss mal abchecken, ob die überhaupt noch da sind, die Challenges. Aber ich habe mal einen One-to-Watch gezogen. Das ist das erste Mal, dass ich eins ziehe. Und auch noch Moutinho und weitere Spieler, die 81 und höher bewertet sind, wenn die SBC-Challenge noch am Start ist. Coman habe ich eben gerade auch schon gezogen. Geil. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich packe die mal hier auf die Transferliste. Ach, fuck. Jetzt habe ich genau die ausgerechnet in den Verein gepackt. Stark. Dann kommen die nochmal hinterher. Und jetzt checkt man nochmal ganz kurz ab, ob die One-to-Watch-SBCs noch quasi... Kann ich die alle auf die Transferliste setzen? Ne, ich muss die alle markieren. Boah, da sind aber ganz schön viele. Dann werde ich mal ganz kurz abchecken, ob die noch da ist. Weil dann ist davon abhängig, wie viel der jetzt gerade noch wert ist. Und auch wie viel diese 82 und 83er bewerteten Spieler noch wert sind. So, jetzt hier rechts. Geil. Ich habe mal einen One-to-Watch gezogen. Und die läuft auch noch. Und wie lange läuft die noch? 23 Stunden. Alles klar. Das heißt, die geht noch bis Freitag. Und das heißt, ja, der Sanson, der ist gerade wahrscheinlich noch 40, 50k wert. Ich kann ihn ja einfach mal ganz kurz abchecken. Und dann ist das doch für mich ein ganz ordentlicher Pull gewesen. Da freue ich mich ernsthaft drüber. Weil ich auch mal so eine schwarze Karte jetzt gezogen habe. Das ist so langsam gerade alles hier. Krass. So, da ist er. Ich habe es anscheinend doch richtig rum gemacht. Preisvergleich. So, 50.000. 40.000. Ah, okay. Schon auf 33.000 runter. Krass. Komisch. Das ist ganz schön gefallen. Also, vor drei Tagen oder sowas waren alle One-to-Watch-Spiele eigentlich 45.000, 50.000 wert, die so eine Wertung hatten. Oder halt höher. Und jetzt nur noch 30.000. Okay, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber, ey, ich habe ihn trotzdem gezogen. Und es ist mal geil, so einen One-to-Watch-Spieler gezogen zu haben. Das soll es jetzt von diesem Teil gewesen sein. Der nächste Teil wird dann wahrscheinlich irgendwann wieder mit mir sein. Mit den beiden Premium-Tina-Wochesets, die ich dann morgen aufmache. So, und weiter geht es jetzt doch noch nicht mit den Tina-Wochesets. Sondern, ich habe ein paar Squad-Building-Challenges gemacht. Und hier sind die Packs. Wir fangen an mit dem Nur-Spieler-Set. Da hatte ich ja sogar auch schon mal einen Walkout von James. Jetzt hier in dem Fall nicht. Ja, das ist wahrscheinlich so der normale Fall, dass man jetzt hier dann eher nicht glänzende Spieler bekommt. Oh, ich habe sogar einen glänzenden. Ich glaube, es ist sogar ein glänzender Zwangsweise drin. Ja, gut. Kann man vielleicht gebrauchen für andere Squad-Building-Challenges. So funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir machen mal weiter mit dem Premium-Spieler-Silber-Set. Ne, Silber-Spieler-Set. Und da hat man ja vielleicht so eine kleine Chance, einen wertvollen Silber-Spieler zu ziehen, der für irgendeine SPC gebraucht wird. Oh, Silber. Ja, leider von Real Madrid. Ich denke... Wobei... Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ich gucke das mal ganz kurz nach. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. 1.000 Münzen. 900. Okay, also ist jetzt nicht auf einmal doch ein mega wertvoller Spieler. Ansonsten ist hier vielleicht eine interessante Liga dabei. Nein, nicht wirklich so, wie ich das jetzt hier gerade sehe. Ich packe die mal alle rein. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt noch ein Jumbo-Gold-Set, ein seltener Gold-Set, ein Premium-Gold-Spieler-Set und das TDT-Afrika-Spieler-Set. Ja, ganz kompliziert ausgedrückt. Aber da ist ein Spieler des Turniers, Spieler des Turniers... Nee, Spieler vom Team des Turniers. Vom Afrika-Cup drin. Guck mal, der ist Silber. Hat auch schon jede Menge Informs. Also ich denke, dass der auch zum Beispiel einer der ist, der einen Upgrade bekommen wird. Ja, gut. Und dann... haben wir jetzt noch das Premium-Gold-Spieler-Set und das seltene Gold-Set. Dann machen wir mal das Premium-Gold-Spieler-Set auf. Schade. Ich hätte einfach mal so aus dem Nicht-Scanner einen Walk-Out. Oh, man. Nolas. 84 bewertet. Mega, mega geil, weil der ist dann zumindest schon mal dadurch ein paar Münzen wert, weil er gerade für SPCs gebraucht wird, für die One-to-Watch-Dinger. Also ich denke, 5000 müssten es... Ja, doch, 5000 müssten es mindestens sein. Ja, 4000... 4700. Das ist doch echt gut. Den packe ich auch direkt drauf. So, und jetzt haben wir noch das seltene Gold-Set. Das mache ich jetzt auch einfach direkt fix auf. Nochmal so ein 84er. Uh, uh, uh. Oh, Vertongen vielleicht. Ja. Oh, nee. Alter, Weird. Mit 85. Ich kann mich nicht beschweren. Die Spieler sind zwar nutzlos, aber sie haben gute Wertungen und dementsprechend werden sie für SPCs gebraucht oder können nur eingesetzt werden. Wir können mal kurz checken. Also der könnte sogar vielleicht sogar über die 5000 wert sein. 9.000, 8.000. Nice. Nice, nice, nice. Nehme ich jetzt auch noch dann direkt mit. Ich haue den einfach direkt drauf. Und ansonsten noch Boateng und Kischnar dahinter. Wir müssen immer schon mal ein bisschen vorweggreifen. Den Rest, den packen wir jetzt hier in den Verein und dann den Rest auf dem Tauschmarkt. So, und jetzt haben wir noch eins, welches ich jetzt aufmachen werde. In dem verbirgt sich ein Spieler vom Team des Turniers vom Afrika Cup. Und ganz ehrlich, Salah wäre der absolute Hammer. Die anderen Spieler, ja, weiß ich ehrlich gesagt, glaube ich nicht so wirklich, dass da einer brauchbar ist. Wir schauen einfach mal, was es für ein Spieler sein wird. Ja. Hm, okay. Elmo Hamadi. Oh, Elmo. Elmo Hamadi. Ja, RV ist eher nutzlos jetzt gerade. Aber sieht recht schick aus, die Karte, muss man sagen. Ist er brauchbar? Nein. Also 80 Tempo als Rechtsverteidiger ist ein bisschen wenig. Auch die Werte an sich sind jetzt nicht so stark. Schade. Schade, schade. Ja, er kommt auf jeden Fall in den Verein, weil er untauschbar ist. Und das soll es dann jetzt von dieser Stelle gewesen sein. Es kommen noch die Premium-Kinder-Wochesets und ich habe gerade auch Gerüchte gehört, dass sogar jetzt auch noch demnächst die Monatsbelohnung kommen soll. Mal schauen, vielleicht sind die auch noch mit dabei. So, und wie angekündigt, sind auch die Monatsbelohnungen gerade reingekommen. Und hier gibt es neue Trikots und natürlich auch vor allem das Set. Und das ist dieses Mal, in diesem Monat ein bisschen kleiner. Leider nur 12 Gold-Informs anstatt 44. Ich bin ja leider nicht in der weltweiten Top 100 gelandet. Das hat aber dann am Ende auch wirklich deutlich nicht geklappt, weil ich mich ja dann irgendwie auch aufgegeben hatte. neue Trikots am Start, die, also vor allem das, sehr gewöhnungsbedürftig aussieht. Ich packe es in den Verein und dann gibt es jetzt das Set. Ich gucke mal ganz kurz, eben gerade habe ich das noch offen gehabt, welche Spieler man ziehen kann. Genau, es ist ein Second-Inform von Lewandowski, dritter Inform von Nigoin, Inform von Ramos, Cavani, keine Ahnung, X-ter-Inform, Kroos, vor allem Nangolan, Lacazette, die sind interessant. Und da habe ich vielleicht eine Mini-Chance, weiß ich nicht ganz genau. Mal schauen. Also ich erwarte da ehrlich gesagt bei diesem Pack, bei so kleinen, bei nur 12 Informs, bei den Monatsbelohnungen, bei so einer riesen Anzahl an Informs, die nicht so geil sind, nicht so viel, aber vielleicht passiert ja was. Ich haue raus. Es ist kein Walkout, aber das ist nicht schlimm. Das kann doch was bedeuten, das kann doch was werden. Ach Gott, das Krittel. 86. Ah, da kann jetzt auch nicht mehr so viel dahinter sein. Da kann jetzt auch nicht mehr so viel dahinter sein, was gut ist. Ensonzi, Aspa, Giannolo, Casimiro, den kann ich vielleicht mal irgendwann gebrauchen, wenn ich zum Beispiel irgendwie Neymar und Bale vorne bei den Flügelspielern habe, aber das ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Von daher, ja, leider 12, ja, leider 12 ziemlich wertlose Informs jetzt gerade für mich. Also wie gesagt, vielleicht noch Casimiro, den könnte ich mir jetzt noch irgendwie schönreden, aber ansonsten eher unbrauchbar. Gut, wie erwartet und dann sehen wir uns jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich bei den beiden Premium Team der Woche Sets. So, und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt mache ich die beiden Premium Team der Woche Sets auf. Das Pack Opening, es hat sich über mehrere Tage hinweggezogen, mehrere Sessions und jetzt kommt das große Finale. Ich hoffe, dass ich einen richtig geilen Spieler ziehe. Es sind genug Spieler da. Das ist kein Walkout. Es kann trotzdem was Geiles sein. Es ist Jan Sommer, 86 bewertet. Da kann vielleicht noch was dahinter sein. Zum Beispiel Gabriel Jesus mit 82. Der wäre der absolute Hammer. Come on. Nein, leider nicht. Noch Parolo. Ich glaube, der ist sogar die 100.000 wert. Nee, ich glaube nur 80.000 oder sowas. Ja, 80.000. Ist nicht schlecht. 80.000 einfach mal mitnehmen. Jan Sommer, ich glaube leider nur 20.000 bis 30.000. Und dann noch Castro, die natürlich alle logischerweise auf die Transferliste. Jetzt muss es das zweite, oder beziehungsweise das dritte Premium-Tino-Wocheszeit regeln. Hazard, Mertens, Lukaku, Gabriel Jesus, wären alle mega, 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 mega geil. Come on. Hazard wäre der absolute Hammer. Bitte. Einfach den Walkout jetzt. Do it. Es ist leider kein Walkout. Ach, nochmal Parolo. Ach, scheiße. Aber egal. Es kann immer noch, es kann immer noch Gabriel Jesus dahinter sein. Bitte. Come on. Ja, geil. Yes, es hat sich so geil gelohnt, das aufzusparen. Ja, man, nämlich guckt es euch an. Der ist 82 bewertet und jetzt checkt es ab. Auf Transferring anbieten, Preisvergleich. Bam. 300.000 gerade auf ihn geboten. Ein 82er Stürmer, der absolute Hammer. Geil. Weil darauf habe ich spekuliert. Weil ihn konnte man jetzt, wenn man ihn jetzt die Tage davor quasi aufgemacht hat, als er noch als One-to-Watch draußen war, konnte man ihn logischerweise in diesen Packs nicht ziehen. Und jetzt, dadurch, dass ich gewartet habe, bis heute, ist er dann jetzt in Form da und er ist einfach nicht so häufig gezogen worden. Total overhyped nach meiner Einschätzung. Deswegen haue ich den direkt drauf. Klar, er sieht stark aus mit den 5 Sternen bei den Tricks und 4 Sterne schwacher Fuß und einem soliden Tempo und so weiter. Aber ich denke, der ist viel zu teuer und deswegen haue ich den gleich drauf. Ist immer rang. Das ist richtig geil. Das hat super funktioniert. Das freut mich. Und damit findet das Ganze hier, glaube ich, auch ein ganz geiles Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann hoffe ich doch zumindest, dass es bei den nächsten Pack-Openings mal wieder ein bisschen klarer zur Sache geht und nicht so kreuz und quer. Aber wenn es euch gefallen hat, schreibt es auch mal gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat oder ob es einfach wirklich zu durcheinander war. Das soll es von meiner Stelle aus gewesen sein. Ich bin mega happy, dass das funktioniert hat. Und damit bin ich raus. Haltet auch den Kasten sauber. Euer Tess.